Wie war deine Woche? Ganz gut. Und die Prüfung? Du hast doch am Mittwoch deine Prüfung geschrieben. Die Prüfung? Auch gut. Erzähl mal, welche Aufgaben es gab. Ja, ganz normale Aufgaben. Muss ich dir immer alles aus der Nase ziehen? Lass meine Nase in Ruhe. Was willst du von mir? Ich fasse deine Nase nicht an. Ich möchte nur, dass du mir alles von alleine erzählst. Ich will dir nicht immer jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen. Okay, okay, ich erzähle es dir, aber du lässt meine Nase in Ruhe. Versprochen? Versprochen.